Hast du schon einmal davon gehört, dass man sich erden sollte? Wie bemerkst du, dass du nicht geerdet bist? Welchen Vorteil bringt die Erdung und wie macht man das überhaupt? All das erfährst du in meinem heutigen Video und am Schluss bekommst du noch eine ganz genaue Anleitung, bei der du gleich mitmachen und die du täglich anwenden kannst. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Mein Name ist Elke Veracnik. Ich begleite Menschen auf ihrem Weg zu einem höheren Bewusstsein und Gesundheit auf allen Ebenen. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen es im Außen so viel Unruhe gibt und es oft sehr stürmisch zugeht, da ist eine gute Erdung wichtiger denn je. Was aber heißt es jetzt genau gut geerdet zu sein? Es bedeutet, dass du zentriert und innerlich stabil bist und dennoch weich und flexibel bleiben kannst. Was genau ist damit gemeint? Am besten lässt es sich mit einem Baum vergleichen. Ein gesunder, starker Baum, der hat keine Angst vor einem Sturm. Er weiß um seine Kraft und vertraut darauf, dass ihn nicht so leicht umwirft. Warum? Weil er kräftige Wurzeln hat, die ihm Stabilität und Halt verleihen, die ihn erden. Trotzdem ist er nicht starr und unbeweglich. Er würde ja sonst an seiner eigenen Stärke zerbrechen. Nein, er ist gleichzeitig weich und flexibel genug, um im Falle eines Sturm sich auch dem Wind zu beugen. Und genau so ist es bei dir. Wenn du gut geerdet bist, dann bist du mit dem gegenwärtigen Augenblick mit dem Leben verwurzelt. Du stehst sozusagen mit beiden Beinen im Leben. Du bist im Vertrauen, du fühlst dich sicher, du weißt um deine innere Stärke und du weißt, du kannst dich den Herausforderungen des Lebens stellen. Du bist innen gewachsen. Gleichzeitig bist du aber weich und flexibel genug, um dich auf unvorhersehbare Ereignisse einzustellen, die das Leben nun mal auch mit sich bringt. Eine gute Erdung unterstützt dich also dabei, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, gute Entscheidungen zu treffen und handlungsfähig zu bleiben. Außerdem wirst du bei der Erdung energetisch gereinigt, indem dein Körper die wohltuende Erdenergie und die Elektronen aus der Erde aufnimmt und gleichzeitig überschüssige emotionale Energie ableitet. Erdung führt nachweislich zu einer Entspannung und Regulierung deines gesamten Systems. Vor allem geistigse Aktive und spirituelle Menschen neigen dazu, sich zu sehr in den oberen Energiezentren des Körpers aufzuhalten und verlieren so leicht die Bodenhaftung, weil ihnen ein stabiles Fundament fehlt. Was sind nun Anzeichen dafür, dass du nicht gut geerdet bist? Wenn dir eine stabile Erdung fehlt, dann fühlst du dich vielleicht gestresst, bist innerlich unruhig, reizbar, energielos. Du bist geistig oft abwiesend, gibst dich einfach gerne den Tagträumen hin. Du kannst dich sehr schwer konzentrieren. Du hast vielleicht gute Ideen, kannst sie aber nicht umsetzen. Das heißt, du kannst das Geistige nicht auf die Erde bringen. Du fühlst dich unsicher, hast sehr wenig Selbstbewusstsein. Du hast vielleicht vermehrt Kopfschmerzen. Das heißt, dass sich die Energie in diesem Bereich staut. Du grübelst viel. Das Gedankenkarussell lässt sich einfach nicht stoppen. Vielleicht hast du auch ständig kalte Füße. Du nimmst vieles sehr zu Herzen und du bist überempfindlich und lässt dich einfach leicht aus der Fassung bringen. Möglicherweise hast du auch verstärkt Lust auf Süßes. Auch wenn du deine Spiritualität weiterentwickeln möchtest, wie zum Beispiel einen besseren Zugang zu deiner Intuition oder einen Kontakt zu deinem geistigen Team herstellen möchtest, ist es unerlässlich, gut geerdet zu sein. Denn nur ein Baum mit starken und tiefen Wurzeln hat die Möglichkeit, seine Äste nach oben wachsen zu lassen, ohne umzufallen. Bezogen auf unseren Körper bedeutet das, wir müssen unsere unteren Energiezentren und vor allem das Wurzelschakra stärken. Aber wie macht man das? Es gibt viele Möglichkeiten, wie du dich erden kannst. Du kannst zum Beispiel hinaus in die freie Natur gehen. Arbeite im Garten. Nimm Kontakt zu den Pflanzen auf. Fühle beim Barfußgehen wirklich bewusst den Boden unter deinen Füßen. Sei achtsam. Das heißt, beobachte genau, was du siehst, was du hörst, was du fühlst. Bleib ganz im gegenwärtigen Moment. Isst Nahrungsmittel, die gerne auch etwas süß schmecken, wie zum Beispiel frisches Obst oder Gemüse, das in der Erde gewachsen ist. Alle Nahrungsmittel, die frisch aus der Natur kommen, sind sehr hilfreich, dich zu erden. Es gibt auch Anwendungen wie zum Beispiel Aromatherapie oder Heilsteine, die du einsetzen kannst. Auch die Farbtherapie und dabei vor allem alle dunklen Rot- und Braundünne unterstützen dich sehr dabei, dich zu erden. Ein sehr effektiver Weg, sich zu erden, sind spezielle Meditationen und Visualisierungen. Und wenn du möchtest, dann kannst du dich jetzt mit mir gemeinsam erden. Du kannst diese Übung im Stehen, aber genauso im Sitzen durchführen. Achte nur darauf, dass deine Fußsohlen mit der gesamten Fläche am Boden aufliegen. Gut, wenn du nun gut sitzt oder stehst, dann nimm mal einen tiefen Atemzug. Und mit dem Ausatmen schließt du deine Augen und lässt alles los. Bleib nun gleich mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Atem. Und konzentriere dich auf dein Herzchakra in der Mitte deiner Brust. Und du atmest gleichmäßig in deinem eigenen Rhythmus weiter. Und nun schickst du die Energie ausgehend von deinem Herzchakra, deinen Körper entlang nach unten, indem du einfach nur beobachtest, wie dein Atem sich nach unten bewegt. Und nun stellst du dir vor, wie aus deinen Fußsohlen kräftige, starke Wurzeln hinab ins Erdreich wachsen. Starke, kräftige Wurzeln wachsen aus deinen Fußsohlen in die Erde hinein. Und je tiefer sie in die Erde hinabreichen, desto mehr beginnen sie sich zu verzweigen. Und du kannst das Wachstum dieser Wurzeln noch verstärken, indem du mit jedem Ausatmen dir vorstellst, dass diese Wurzeln stärker und tiefer in die Erde hinabreichen. Und vor deinem inneren geistigen Auge beobachtest du, wie die Wurzeln sich durch alle Erdschichten hindurch arbeiten und immer tiefer in die Erde hinabreichen. Immer tiefer und tiefer durch alle Erdschichten hindurch. Und nun erreichen sie das Herz von Mutter Erde, den Erdkern. Und deine Wurzeln verbinden sich nun mit dem Kern der Erde. Fühle es und spüre es, wie du nun verbunden bist mit Mutter Erde. Eine stabile, eine starke, eine gütige Verbindung. Und du siehst nun vor deinem inneren Auge, die aus dem Erdkern über deine Wurzeln die Energie von Mutter Erde zu dir hochsteigt. Immer weiter hoch die Wurzeln entlang. Die Energie der Erde steigt höher und höher, immer höher und erreicht schließlich deine Fußsohlen. Und über deine Fußsohlen steigt diese Energie Höhe, über die Knie, deine Oberschenkel, bis in deinen Beckenboden, wo dein Wurzelschakra sitzt. Und du lässt die Energie von Mutter Erde nun in diesen Bereich einfließen. Und vielleicht magst du dir die Energie von Mutter Erde als dunkelrote, erdige Farbe vorstellen. Spüre, wie diese Energie in deinen Beckenboden einströmt. Und gleichzeitig mit dieser Energie fühlst du die Stabilität und Geborgenheit deinen Körper erreichen. Du erlaubst diese Energie in deinen Körper einzuströmen und deinen gesamten Beckenboden, Beckenraum auszufüllen. Und nun kannst du beobachten, wie du mit jedem Ausatmen alles, was schwer ist, was du nicht mehr in deinem System brauchst, über deine Wurzeln an die Erde ableiten kannst. Es ist ein Fluss von Geben und Nehmen. Du bekommst die stärkende und näherende Energie von Mutter Erde. Und du darfst alles abgeben und loslassen, was dich belastet, was dein System nicht mehr benötigt. Und so beobachten einige Atemzüge lang diesen Austausch. Und wenn du dich nun genährt und gestärkt fühlst, dann bedankst du dich bei Mutter Erde und kommst langsam wieder zurück ins Hier und Jetzt und du öffnest wieder deine Augen. Na, wie fühlt sich das an? Dies ist natürlich eine längere Version der Erdung. Du kannst dich aber morgens auch ganz schnell und ganz effektiv erden, indem du dir einen Atemzug nimmst und mit dem Ausatmen siehst du vor deinem geistigen Auge, wie die Wurzeln in die Erde wachsen, durch alle Erdschichten hindurch den Erdkern erreichen und schon bist du geerdet. So einfach funktioniert das. Ja, und so wünsche ich mir und dir, dass du diese Übung regelmäßig anwendest und mit der Zeit wirst du immer mehr spüren und fühlen, wie gut das tut. Also dann wünsche ich dir auch noch einen wunderschönen Tag und denke daran, Lila, live in love again. Bye, bye.